Hi, ähm, ich war gerade auf dem Weg um, ähm, was war das? Ein HP einzusammeln und bin dann geradeaus für die Linie runtergefallen. Da dachte ich, wenn ich schon mal hier bin, kann ich mich ja hier mal ein bisschen umsehen. Also hab ich die Aufnahme wieder gestartet. Weil es sieht, äh, es sieht schon witzig hier aus. Oh, ne, 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 von der anderen Seite. Ja! Hoffentlich kommen wir hier jemals wieder raus. What? Hahaha. Okay. Oh, ich sollte vielleicht, jetzt wo ich die Aufnahme angefangen habe, sollte ich vielleicht aufhören, Seitschlangen zu futtern. Sorry, ist die letzte, ich schwöre. So, auf Level 1. Ah, nice. Ah, jetzt sollen wir da runter. Hm. Wir müssen da sogar runter. Yay. Hi. Okay. Nuuu. Da. aha what are you looking at er hat ja sein können dass hier was ist nicht wahr ich glaube mit dem ball jump bin ich schon so viel sicherer was kannst du ich will gar nicht ausfinden da du machst diese laser ok dankeschön okay mit dem ball jump fühlt man sich doch um einiges sicher wo sind wir hier ja es war klar dass ich da jetzt noch ein ich ja 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 Nein, kommen wir nicht Hallo Oh, hier kommen wir in ein neues Gebiet Cool Das gucken wir uns später an Oh, wie viel es hier zu entdecken gibt Autosave, why autosave Das hier sieht aus wie eine Kampferräder There goes nothing Hallo 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 Stand ich vielleicht auf der falschen Seite? Oder bin ich einfach zu früh, weswegen der Kampf hier nicht triggert? Weil das sieht aus wie eine Arena Das ist eine verdammte Kampfarena für irgendeinen Boss Aber für wen? I must know Okay, hilft ja alles nichts Wir müssen hier erstmal Raouuuu Auuuu Au Okay, wir müssen hier leider erstmal raus, weil wir kommen da eh nicht mehr hoch Wo kommen wir denn hier rein? Äh, raus, whatever Volcanic Cannons I don't think we shouldn't be here Well, we should be here Oh, hi Ribi, Irina, hallo Also, ist es wieder fehlgeschlagen? Gebt nicht auf, wir finden mehr Leute Seht euch die, ähm, die Karte genau an Sie sind alle markiert Danke, wir versuchen es, keine Sorge Warte Hey ihr beiden, warum seid ihr hier? Naja, Sissini hat uns, äh, dieses Ding gegeben, mit dem wir uns herumwarpen können Ohne einen Warpstone zu benutzen Es ist ziemlich geil, äh, geil Es ist ziemlich geil, es ist sehr, es ist amazing Unglaublich Ihr versteht euch alle jetzt so gut Ihr müsst, äh, ihr müsst Riven schon längst vergessen haben Haha Ribi ist neidisch Natürlich nicht, wie könnten wir dich vergessen? R-Riven hat nur Spaß gemacht Wenn ihr sie vergessen hättet, würde euch Riven das niemals verzeihen Wir sind auch befreundet, Riven Also macht uns das, äh, also machte ich das, äh, gleich Funktioniert das so? Also, was würdet ihr als nächstes in Angriff nehmen? Äh, wir werden euch nicht zurückhalten Erinnert euch immer, auf die Karte zu gucken Die Karte, bis später Hey, warum seid ihr so in Eile? Haha, Riven war neidisch Goodbye So, jetzt haben wir was auf der Map, hä? Ähm Map Aha, thank you So, das Labor, das wussten wir ja schon Aurora Palace Und in der Forgotten Cave Wie ironisch Aber kommen wir hier Warte mal, wir kommen doch da überhaupt nicht raus Ach, komm Riven Äh, Erina Wo war nochmal die Spectre Cave Forgotten Cave Da Ne, wir kommen da nicht raus Ich fürchte, ich muss das Spiel neu starten Oder wir suchen Wir versuchen hier den Warpstein zu finden Wir müssen hier den Warpstein finden Ah, das hat nicht so gut funktioniert Oh, oh, wait Oh, wait Oh, wait I know the deal I know the deal Maybe Nope That's not the deal Oh, is it the deal? Muss ich das richtig gut timen? Ah, verdammt Irina ist nicht gesprungen Ich glaube, ich komm da ran Wenn ich den Hund benutze Das wird witzig Ah, verdammt Ne Ne Aber vielleicht Ja Ah, ne Oder vielleicht Ja, ne Ich brauch dafür den Double Jump Anders komm ich da nicht ran So Ich brauch nur den Warpstone Dann bin ich hier sofort wieder weg Weg Um Aaaaand There she goes OOOS Get tracked Laser Flowies Okay, sie schießen dreimal Laser Flowies Ich glaube, dass er sagt Wow Geben die viel Energie Wie lange wolltest du das noch spucken? Aaaaand Oh god Oh god Der Warpstone Aaaaand 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 Ah, okay Warpstone Ich komme Puh Warpen, please Ich will in den Wald zurück So, jetzt hole ich mir aber endgültig Die Diese Das HP ab Wir haben wieder so viel Energie I love it Ah ja Können wir auch mal saven Aber wo ich die Musik gerade höre Ich habe ja den Soundtrack von dem Spiel Und ich hätte Ich würde Ich hätte nichts dagegen Äh, sämtliche Tracks hochzuladen Das würde ich sogar machen Weil ich finde den Soundtrack ziemlich hübsch Aber Weiß nicht Ich frage einfach mal in die Runde Soll ich das machen? Also um, ne? Was konntest du noch machen? Laufen Oh nein, sie kann laufen Der Dreck Du tust mir nichts Und durch Das war Schlecht Hier war nur das Ei, ne? Ja genau Hier kam ich glaube ich nicht weiter, ne? Genau Oh no Oh no So, und diesmal nicht da runterspringen. So, da drüben, in den nächsten Raum muss es ja irgendwo nach oben gehen oder auch nicht. So, das hier habe ich ja schon gemacht, ne, aber kam ich da noch irgendwie hoch? So, da geht's. So, jetzt hole ich mir hier das HP ab. Da komme ich ja leider nicht ran. Da muss es aber auch irgendwie einen Weg für geben. Oh, ich dachte, ein Schlag würde reichen. So, da geht's. Kein Dreck. So. Oh, what the heck? what the heck what the fuck is going on cool okay okay cool die energie habe ich gern genommen nämlich an ich akzeptiere das opfer ich hätte aber gerne dieses power up dort aber dafür brauche ich den double jump dafür brauche ich den double jump den ich leider nicht habe gibt es vielleicht noch einen weg durch den vergessenen wald dahin zu kommen ich darf nur nicht vergessen dass da unten ein power up ist so wie ich mich kenne werde ich das so oder so vergessen so wir haben uns dann halt noch mal in den starting forest dann müssten wir auf der map eigentlich schon sehen wie weit wir laufen müssen nach links vielleicht gibt es hier irgendwie einen verschwundenen geheimen eingang oder so was oh mein gott das wäre zu krass einfach irgendwo im boden oder so was das wäre ich muss ja irgendwo ein eingang ich muss auch irgendwie einen weg finden und da ranzukommen dazu muss ich hier runter so stimmt wir sind da lang noch nicht gelaufen ich idiot wenn man nicht verdammt wir haben noch level 1 doppel sprung wait a minute wir haben punkte wir haben punkte wir können upgraden ich will mein double habt ihr das gesehen oh nein wartet einen moment oh nein oh nein ich müsste den ganzen weg erst wieder runter zum pautstein laufen wisst ihr was wir gehen doch erstmal weiter wir gehen doch erstmal ganz normal weiter nein 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 den sprung werde ich bestimmt nicht schaffen aber ich werde es versuchen jetzt 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 ja jetzt Moment, Moment. Oh, oh wait, 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 wait. Oh, ho, 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 dimmed Stunts. Da kommen wir noch nicht ran. Und hier, wer finden wir? Jawoll, ja. Man up. Was ist hier? Oh, Moment mal, Moment mal, das war sehr clever, ähm, what, what? Excuse me? Okay. Also doch eine unsichtbare Wand. Just as expected. Natürlich wusste ich das. Oh, da geht's. 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 Oh. Oh, da geht's. Yeah. Yeah. Also wenn ich bereit bin, Schaden zu nehmen, könnte ich das schon machen. Nice. Puh. Okay, ich glaube den einen Schaden, da er kann, hätte ich, konnte ich nicht ausweichen oder so was. Oh, geil. Was ist das denn? Was ist das denn? Wow. Ja, ne, ist klar. Wie viele Hasen sind hier? Also wie viele Bunny Lover? Ow. Ow. Ja. 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 Yeah. Rainbow Egg. Gained Rainbow-Type-Attack. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind hier. Hm. Ja. 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 ja Oh Ja, ja ja So So, ich hätte jetzt gerne den Donut So, wo soll ich es erst runterspringen Ich spring hier runter Oh Deine Wahl war weise Charge Ring Ribbon can charge longer for double charge ooooh oh Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch ein paar andere Sachen sind, die ich hätte entdecken können. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Halt, warte, geh nicht weiter. Ribbon glaubt, dass wir nicht hier sein sollten. Oh ja, ich, ja, da stimme ich zu. Ich fühle mich auch nicht besonders gut, weswegen. Das sieht gefährlich aus. Sehen wir zu, dass wir wegkommen. What? What? Einen Moment mal. Wieso sollten wir hier überhaupt hin? Wenn hier doch gar kein, ähm, Boss ist. What the heck? Sie ignoriere ich jetzt mal alle so gut es geht. Okay, alright. Das war's für heute. Poisoned, oh why, why am I poisoned? So, da lang kommen wir nicht weiter. Na ja, gut. Na ja, gut. Ich weiß nicht, was das hier sollte, aber apparently hat es uns nichts gebracht. Und apparently hat es uns nichts gebracht. Hi! Miss Kokor? Merkwürdig, warum bist du noch hier? Wir dachten, du wärst schon weiter voraus. Wie kann das sein, Miss Kokor? Warum bin ich den falschen Weg gegangen? Habt ihr schon irgendetwas gefunden? Oh oh. Es ist egal, ob ihr zuerst hier gewesen seid. Irina ist schließlich ein Häschen. Ähm, du siehst, äh, du siehst ziemlich gut, äh, gut, äh, valuable. Naja, n... Nützlich? Hm. Ich würde dich liebend gern noch mit mit nach Hause nehmen. Sieh nicht hin! Sieh nicht hin! Sieh einfach nicht nach oben! Es geht schon wieder los. Haben wir, äh, haben wir die Sache mit Miss Kokor nicht eigentlich schon geregelt gehabt? Nein, ich würde dich liebend gern mit nach Hause nehmen. Aber wenn ich Irina an diese Leute verkaufe, ich könnte eine ziemliche Menge Geld davon, äh, bekommen und meine Armut wäre vorbei. Wir können ihr nicht mehr helfen. Ihre Sehnsucht nach Geld ist viel zu stark. Wir sollten besser abhauen. Abhauen? Vergesst es. Hab ich nicht bereits gesagt, dass ich euch, dass ich dich für einen guten Preis verkaufen werde? Kommt mit mir nach RabiRabitown. Jetzt! Oh no! Kokua, why? E-Double-Power! Nice! Level 41, ey! Holy shit! What? Ah, ich muss im richtigen Moment dann springen. Okay, das ergibt sogar Sinn. Nooo, not this guys! Da-da-da-da! Ich weiß nicht, womit sie sich gebufft hat, aber sie nimmt gerade wesentlich weniger Schaden. Okay, da passt es vorbei. Was willst du von mir? Schaut mal auf ihren Sprites. Sie guckt, ob es den Augenwinkel zu uns rüber ist. Schaut mal auf ihren Sprites. Nein, vielleicht. Ich hab mich antwortet. 1, 2, 3... Oh Gott. 1, 2, 3... Oh Gott! What the heck? What the heck? Schuhe, schuhe, that's fair! Mö, 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 mö! 2 1 1 2 3 4 5 5 6 10 7 8 9 10 10 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe keine Ahnung, wie man dem entkommen soll Was, ich war doch gar nicht in dem Dingern drin Ja, riiiight Ja, riiiight Ja, riiiight Ja, riiiight Oh, no! Okay, apparently... Oh, no! Okay. Okay. Can I go at the surface? Okay. 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 Oh, no! Okay, go! Okay. Okay. Go! Go! Okay. Go! 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 Alter, die Folge ist schon wieder viel zu lang, aber ich krieg Kokoha einfach nicht down, die hat so viel Leben. Oh, I knew that would come sooner or later. Defensive boost, huh? Ist das sowas wie ein schlechter Scherz? Und zack, werde ich getroffen. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Ich wusste, ihr beide würdet hier herunterkommen Ich wollte den Schatz als Entschuldigung dafür benutzen Aber das Phänomen Das Phänomen kam auch ziemlich gut vom Timing Ich wusste bereits über dieses Himmelding Bescheid Also habe ich So wie es sich herausgestellt hat, hat es keinen Effekt auf mir Du warst also nicht unter der Kontrolle davon Wieso hast du... Ich brauchte eine Entschuldigung, um die Items auszuprobieren, die ich entwickelt habe Sie haben sich ziemlich verbessert, nicht wahr? Bitte, tu so etwas nie wieder Wir waren echt geschockt Das ist gefährlich Achso, diese Teile sind gefährlich und es gab so viele verschiedene Arten davon Das ist ziemlich übertrieben für einen einfachen Scherz Haha, tut mir leid Ihr hättet allerdings nie zugeschnippt, wenn ich euch direkt gefragt hätte Und wenn ihr es gewusst hättet, wäre es kein Test gewesen Auch wenn es nur von mir geschauspielt war Ich habe... die Dinge, die ich gesagt habe, meinte ich ernst Äh, ein paar der Dinge, die ich gesagt hatte, meinte ich ernst Wolltet ihr wissen, welches davon ich besonders meine? Nein, bitte sagt mir nicht Ich möchte es nicht wissen Weil ich möchte überhaupt nicht wissen, ob irgendetwas davon wahr war Ist das so? So ein Pech Die Erkundung ist damit vorbei Ihr sucht nach Hilfe, nicht wahr? Diese Gegenstände funktionieren ziemlich gut Und ihr solltet sie auch benutzen Ich warte Achso, sie könnten nützlich für euch sein So rum Ich warte auf euch in Rabirabitown Oh, die Sachen, die du getestet hast, waren für uns Du bist... du musst Ribbon sein Ja, ich glaube, du kannst es so ungefähr beschreiben Bumi hilft mir beinahe jeden Tag Sie... ihr müsst es langsam aber sicher auf den Geist gehen Also versuche ich sie, äh, es ihr irgendwie wieder zurückzugeben Niemals Ich bin vielleicht ein Häschen, aber wenn ich eins weiß Achso, äh? Achso, aber wenn ich eins weiß, dann dass, ähm, Frauchen jede Nacht, äh sich darauf gefreut hat, Miss Coco wiederzusehen Wirklich? Das macht mich so fröhlich Also, das macht mich so glücklich Und auch ein wenig, äh, peinlich berührt Also, weiß Irina, dass ich Rumi jede Nacht um Futter an, äh, anflehe? Das ist ja so peinlich Ich sollte lieber gehen Wir sehen uns in Rabirabitown Okay, das heißt, sie war die Hilfe, die wir suchen mussten, okay Kommt noch was? I can't move Das Cocoa sieht jetzt um einiges glücklicher aus Wieso sagst du das? War sie nicht schon immer so? Naja, als sie, äh, im Hauschens... Als sie in Frauchens Haus war, um zu essen Hat sie immer während des Essens geweint Sie tat mir so leid Sie hat geweint, als sie aß? Sie muss ein ziemlich hartes Leben haben Es tut gut, sie so zu sehen Wahrscheinlich, weil sie sich so gut mit, äh, Frauchen jetzt versteht Trotzdem, ich frage mich, wo sie gerade lebt Warum muss sie, äh, why does she have to live out of a box? Äh, warum muss, äh, out of a box, äh, äh, warum muss sie auf der Straße leben? Sagen wir es einfach mal so What now? What? Side chapter? Trouble in Rabi-Rabbi-Town? What? Was? Rita, what the fuck? Okay, ähm, ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss Weil das dauert schon wesentlich hier alles viel zu lange Äh, ich weiß nicht, ob wir einen Speicherpunkt hatten Ich vermute es jetzt einfach mal Egal Wir sehen uns im nächsten Part wieder Bis dann Baba